ja ich glaube ich habe ich glaube ich auch gesehen ja ich bin gerade am überlegen ob ich wieder klau also wenn die leute hier einen guten job machen vor mir dann werde ich nach schiebt schiebt nein schiebt ok dg verkackt kaum nicht aufgeben ich versuche rot wieder aufzahlen ja komm als oft wo seid ihr denn alter ja wo das recht ja komm jetzt jetzt mal vor mir ja ja wir kommen die ganze groß nach oben da habe ich gerade schon versucht ja ja komm 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 bisschen können wir noch wir können es denn so wenige leute schaffen alter das ding hier aufzuhalten was ist das denn bitte ganz ehrlich das ist doch nicht noch mal alter nein 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 das ist doch nicht normal hier ja ja was war das für eine runde verdient boah war das eine scheißrunde oh ne 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 oh mein gott ne ne ne